Wir haben noch drei Minuten, jetzt noch zwei Minuten. Und das Spiel, dann kann ich nicht sagen, dass die Modi einen Vorteil hatten, weil der Teil vorhin gesagt hat, wie sie rennen sollen. Seien es dann noch, wie sie gehen sollen. Die Bielen sind ja meistens diejenigen, die dann gehen wie verrückt. Das muss man ihnen sagen, dass sie es gut machen.